Auf diese Art halten wir uns auch noch den Rücken frei. Okay, jetzt wissen sie es. Da sind zwei Geschütztürme. Bela... Kann ich auf Stufe 3 jetzt sehr gut gebrauchen. Stehe bereit. Was wünscht ihr? Formation! Gut. Wir werden mich hier unten gleich angreifen, das weiß ich. Darum sollte ich die armen Kampfeinheiten schon mal positionieren. Und natürlich mit den Einheiten von da oben kommen, vor allem mit dem Triceratops, den sie da haben. Und das ist soviel ich weiß so ein Transporter-Ding. Wobei, hier scheint alles noch grad etwas zufriedlich zu sein. Was ich machen werde, ich glaube ich werde die Basis da oben ausschalten. Frame... Ähm... Ja... Und da kommen sie auch schon. Okay... Ich werde ihnen jetzt mal entgegen kommen. So... Zu vorkommend halt natürlich. Weil ich so ein schlauer Bursche bin und dann meine Einheiten habe. Deine kluge Entscheider. CBT 500, sehr starke Einheit. Die beste Beschreibung, die ich kenne. Aggressiver Modus daheim erstmal. Fuh... Sag mal auf den Korn zu 부분. Du bist mit consumieren. Dich versichert. Du bist hier ja nicht. Ich hab meine Zuhause. Nächste Aufgabe. Eine Krüge. Ich finde den Weg. So. Hm, oh. Ich mag das. Da oben kommen sie auch schon. Okay, da muss ich mich jetzt beeilen. Komm, Dala. Okay. Ausgezeichnete. Und in seiner Fernkampfeinheiten und Kaul vor allem vor. Sie dürfen nicht entkommen. Yippie, ja. Wie einfach so gleich so geschossen wird. Aggressiver Modus voraus. Bis auf du. Du bleibst da hinten. Du, du, du. Vor allem wie die sich alle auf diese Einheit konzentrieren. Platz da. Sie dürfen nicht entkommen. Komm. Der Weg ist das Ziel. Ah, der Nacht, der SS, die kommen hier halt immer ständig nach unten. Oh, was ist da immer ein Frame-Einbrüche gehabt? Tazlov. Dem kriege ich jetzt die Giftfallen. Tazlov will ich auf Stufe 5 bringen. Also ich weiß auf jeden Fall, Tazlov wird mir da einen Verteidigungsturm bauen. Und da auch. Du gehst mir jetzt Holz sammeln. Ähm. Du gehst mir jetzt Holz sammeln. Ich weiß zwar nicht, welchen Teil von Holz sammeln der nicht verstanden hat, aber naja. Hier vorne ist dann der Haupt, da vorne ist der Hauptteiler von der Basis. Ich geh vor, ich geh vor. Da werden auch die Geschütztürme sein. Komm. Eine klugel Entscheidung. Was geht's zu? Da finde ich es. Oh. So. Was ist zu tun? Na, da kommen wir schon wieder. Und da vor allem. Oh, fuck. Ah, da muss hier ein... Tazlov noch was machen. Vor allem die Schwachstellen hier ein wenig ausbessern. Was für ein Spaß. Ah ja, da kommen sie gleich zur Hilfe, weil da die nächsten Einheiten schon gleich kommen. Gut. Und Skorpion hilft jetzt mal schnell. Nein, ihr geht da doch nicht raus. Oh Gott. Was macht ihr, was macht ihr, was macht ihr, was macht ihr, was macht ihr. Ihr helft erst mal. Tazlov, der soll jetzt erst mal da in Sicherheit gehen. Und der Rest, der restliche Zug da, der kommt da her. Ja, okay. Gut. Soweit schon mal. Und ich wusste, dass ich das jetzt dann bauen kann. Dass die Lophosaurus nest. Die werden jetzt gleich meine besten Verteidiger sein. In diesem Punkt. Genau, du weibst mir die Gung. Hier geht's. Jetzt zieh ich nach da oben. Was wünscht du? Ich kann es sehen. Was ist zu tun? Bogenschützen bereit. Oh. Die Samurai stehen euch zu dir. Schlecht. Stehe bereit. Wie ihr seht. Wie ihr wünscht. Schwerkämpfer ist fertig trainiert. Da kommt sonst hin. Na gut, das lasse ich jetzt. So. Und jetzt sind da welche. Die passen schon mal auf. Hab ich die noch da? Die passen auch auf. Und du gehst jetzt heilen. Oder gesagt, dich heilen. Und jetzt mit denen. Weil ich den Angriff planen. Oder den versuchten Angriff zu vereiteln. Erstmal. Was für ein Spaß. Kommt nochmal Gatling. Die sind ja auch so geil darauf, diese Viecher da unten anzugreifen. So. Was ist zu tun? Was soll ich tun? Ich höre eine Idee. Ich höre eine Idee. Ich kümmere mich darum. Werde ich statt immer mit dem Schraubenschlüssel anzugreifen. Und lass dich heilen. Mensch. Hier. Okay. Das war jetzt wenigstens schon mal besser. Da hab ich die andere nicht gebraucht. Ich bin soweit. Gegen die Seas zu kämpfen ist da ein bisschen schwer. Aber naja. Ähm. Und ich muss erstmal da unten versuchen, so ein paar Nester zu vernichten. Oh. Oh. Sind das nur Fernkämpfer? Oder... Nein. Da sind noch ein paar Nahkämpfer dabei. So lange sich der Turm da nicht einmischt, ist alles in Ordnung. Und jetzt mischt sich der Turm ein. Oh. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Und er ist tot. Geht einfach weg da. Was ist zu tun? Was gibt es rein? Geh weg, schweig. Was für ein Spaß. Puh. War knapp. Wenn ich von dieser Seite aus versuche anzugreifen, dann könnte ich sie auf jeden Fall erstmal schwächen. Was gibt es rein? Ich werde jetzt erstmal einen neuen... Ich brauche neun Samurai erstmal. Was gibt es? Ein neun Samurai. Ähm. Wir sollten handeln. Allzeit bereit. Hm. Alles ist... Was gibt es rein? Was ist zu tun? So. Genau, das läuft auch jetzt viel besser. An sich so. Schon mal. Gut. Gut. Eigentlich hast du hier nicht versuchen, da unten durchzulaufen. Ähm. Ich weiß, das ist eigentlich dämlich. Ist da kein Wall hinzubauen, aber... Ich hab keinen Stein mehr. Das müsstet ihr ja wissen. Und ein... Nahrungssammler ist weg. Tot. Gestorben. Vor die Hunde gegangen. In den ewigen Jagdgründen. Ähm. Hm. Wo ist Bela? Bela ist hier. Bela ist da und allzeit bereit. Was gibt es zu tun? Macht euch bereit. Komm. Jawohl. Jawohl. Ninja, geh weg. Geh weg. Geh weg. Aufsit ist was. Ich hab da... Genau getroffen. Extra für dich. Was für ein Spaß. Jetzt wird er von dem anderen Turm... Oh ne, er wird doch nicht von dem anderen Turm angegriffen. so der Turm zerstört. Erstmal. Natürlich. Jetzt kommen alle her. Ich geh vor. Wir sollten handeln. Geht's los? Wir sollten handeln. Hm. Oh Gott. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Der Erste, der ist wie nur sauberstwütend. Oh Gott. Ja, bitte. Das soll funktionieren. Mehr als präzise. Neer als präzise. Kein Problem. Das könnte funktionieren. Mehr als präzise. los wenn ich das alles zerstört diese verdammten türme erst mal wo ist er aufs lauf auf das schluss ist mein heiler heiler ist hier und er war erst die nahe was greift überhaupt an ach der geist nähe kraft kohle an oder greift er bei der an bei beide kann er nicht angreifen und der sanitäter sie hat mehr als präzise mehr als präzise die 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 der stärkere wird überleben hauptgeutz hier vor 5 sie ist aus und posten 2 aber ich muss sagen ich glaube diese hilfe kommt etwas zu spät würde ich aber nur für behaupten der stärkere wird überleben nein ihr seid nicht mit messern angreifen ihr seid so angreifen genau ja das war ein fehler diese außenposten 1 typ mit diesem hässlichen bild die mit ihren 2d bildern die arbeiter sehen auch sehr toll aus ich kümmere mich darum hört sich gut also ist hier keine große kritik an die entwickler oder sowas aber schon diese die mit die mit